Moin Moin, so jetzt wieder weiter mit Hi! Auf der Platinum 3, äh Platinum 5, so rum So, wir wachen auf Lass uns in der Brust reinkratzen und abspringen Ja, aber versucht einen Seal Bot da zu laden Um besser bei den Spiel zu sein Aber Hab mir eine Malware angefangen Ich bin mir nicht sicher warum, aber jetzt Kommt mir alles schräg vor Ich habe das Spiel gemeistert Es Das es jemals gab Aber Wie das hier funktioniert Kann ich echt nicht sagen Dann kapiere ich das nicht richtig Du, den kennen ich nicht Ich mag so ein Ich mag so ziemlich alles Mein Lieblingsrink ist Öl Was ist eins? Wo darf es heute sein, der kleine Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen In deinem Brust vorkommen Ich wünsche ich könnte ja so klein sein wie du Und neue Versteckerorte aus Kumpf schocken Hm 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 Muss gehen Was ist das denn? War nicht Wie hast du denn es macht? Für mich Wann? Ich hab dir Zeit Ich hab dir einen Ich hab dir einen Ich habe schon 12.5 Er Glatt Ich habe mich Fahrstöker Ich hab dir Ist das nicht so uncool im Moment zuletzt, dass uns nichts Schlimmes passieren kann? Geht doch, Wambucke, wir können dich auch sehen. Hey, diese kleinen Seiten gehören uns. Ich weiß nicht, dass man nicht klauen soll. Ich könnte dir ja eine geben, aber dafür musst du etwas für Jamie und mich tun. Die Wächter haben drei Sicherheitskamera installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns gar nicht. Kannst du uns auf Wandel vom Hals helfen? Und das Leben ist so langweilig, dass die Wächter in unsere Residenzkamera installiert haben. Das können wir machen. Warum nicht? Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht? Hm, das gefällt mir. Hm. Wie macht man die aus? Was soll das heißen? Du hast keinen Charakterbogen vergessen. Du hast einen Charakterbogen vergessen. Die habt ihr eine ganze Woche damit verbracht. Die Sitzung ist nun vorbei. Gott, mein Lein. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingeschickt habe. Aber lass uns raus hinspielen. Ich werde in diesen Öl gehen. Oh. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe im letzten Mal heute alle meine Kuhlager erhöht. Was ist das für ein Geräusch? 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 Hmm. Was ist denn, was hier ist? Drinnen. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Echt geil, wer du bist. Was willst du von mir? Warte, also hat dich so gerecht? Also, endlich beschlossen, jemand zu schicken? Ich schätze, du bist ein neuer Recruit. Sehr groß bist du ja, gerade nicht. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich geriffen sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seitdem ich das Ameisendorf verlassen habe, aber die Wächter sind immer wachsamer. Jetzt, wo du hier bist, kannst du mir helfen. Folg mir bitte. Ich arbeite schon seit einer langen Weile im Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Ach, das, was ich noch brauche, ist eine Atombatterie, um sie mit Schrumpf zu versorgen. Ich weiß, dass Neo-Properation eine in ihrer Familie installiert hat. Ich habe den Einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist ein Roboter mit einer Bomberjagde und einer Goldkette. Wir verbringen die Nachrichtsporte. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem haben, sich in der Fabrik einzuschweichen. Und jetzt gucken wir mal ihr Häuschen an. Da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon. Und dann haben wir ja schon an einem Platz zu schlafen. Aber wir sind hier zum Ähm, innen Erinnerungen und eine neue Wahrheit. Der hat ja... ne? Zweifel. Ähm... ... Hm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die drei Kameras sind ganz gut. Gut. Ich hätte nicht gesagt, dass du das schaffst. Nehmt diesen Preis. Oder verdient hast. So. Hier haben wir schon. Das ist ein Allenergründer. Das ist zu. Und er trägt. Und er trägt. Hier war schon eine Ewigkeit darauf. Das ist ein Allenergründer. Hier ist der Laden. Das ist ein Allenergründer. Das ist ein Allenergründer. Das ist ein Allenergründer. Das war nochmal. Das war der Friseur. Das war Essen. Das waren die Jugendlichen. Hier ist die Bar. Das war's. 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 Okay. Jetzt geht er. Okay. Jetzt müssen wir. Ja, ist zum Geschäft. So, kurz warten. So, kurz warten. So, kurz warten. So, wiedersehen. Hmm. Oh, okay. Hmm. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ne, will man schrecklich nicht mit ihm haben. Oh, was? Ah, hier. Oh, die auch nicht. Vielleicht ist es ja auch andersrum. Ach, 8, 5, jetzt so. Kattenaufzeichnen. Hmm. Was sollen wir denn noch machen? Was sollen wir denn noch machen? Äh, Bomberjacken mit der Goldkette. So. 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 Bambayaka, Bambayaka. Woher weißt du das, wo ist also der kleine Außenwäh, mein Kontakt, lass mich mal kurz über die Atombatterie aufklären. Der Betrieb versorgt die neue Coopfabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Die kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schickt jeden weg, der kein Arbeit da ist. Meine Idee besorgt mir eine Arbeitsjacke und eine Arbeitshelpe, während ich hier bleibe. Und mir einen gewissigen Zeitpunkt überlege. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Jetzt brauche ich nur ein Arbeitshemd. Und dieser Helm wird ausreichend. Ich sehe mich jetzt an und dann kannst du dich mal umdrehen. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber das wird schon gehen. Okay, ich springe in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Okay. 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 a Und go Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, was machst du? Oh, my gosh. Scheiße. Na, wo ist sie dann? Na, wo ist sie? Na, wo ist sie? Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B und nicht für die Katze. Die Antwort liegt in meiner Sache. Und dann noch vier Symbole. Das ist mit Klemmen unterschrieben, glaube ich. Okay. Aber, das würde ich sagen, das machen wir morgen. Das machen wir morgen. Also, ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich vergessen, dass ihr Postkommon ein Däumchen hochkommt. Und auch unterlassen. Und morgen geht es weiter. Also, bis morgen. Und tschüss. Das war's.